Als Greener-Linien starteten die Wiener Linien im Herbst 2019 ein einzigartiges Pilotprojekt. Erstmalig installierte die Wien Energie spezielle Photovoltaikfolien auf dem Dach der U-Bahn-Station Otterkring. Der gewonnene Strom wird vor Ort eingesetzt, um Beleuchtungen, Rolltreppen und Aufzüge zu betreiben. Im Gegensatz zu herkömmlichen Photovoltaikanlagen sind die Folien fünfmal leichter. Auf 360 Quadratmetern werden so jährlich rund 62.000 Kilowattstunden Sonnenstrom erzeugt und jedes Jahr mehr als 21 Tonnen CO2 eingespart. Mit dem internationalen Projekt Efficiency werden neueste Technologien getestet, um noch mehr Energie zu sparen. Denn nicht nur BIM, Bus und U-Bahn, sondern auch die Energieversorgung der Wiener Linien spielt eine wichtige Rolle für eine klimafreundliche Zukunft. Untertitelung des ZDF für funk, 2017